das ist ein knappes ding nein das plastik lasse ich das mal ich bin froh dass ich in der strömung war ich bin richtig froh dass ich in der strömung noch war man merkt haifleisch ist sehr nahhaft und auch okay wir haben jetzt gut wir eiern jetzt die ganze zeit nur rum ganz ehrlich ja scheiße wie immer ist ein forschungstech wo ist der da ok das heißt das heißt kann ich das ding warte mal holzdach holzboden ok dann kann ich da nicht haben dann habe ich irgendwie holz säule ich brauche die schöne musik mal wieder ja gut das ist unnötig ich bin gerade überlegen was wir jetzt am besten bauen ich meine wir haben jetzt nicht so viel platz ich kann mit wenn ich das den becher in der hand habe kann ich mit nichts trinken trinkt die ganze zeit wasser idiot gut was ich aber eigentlich wirklich gucken wollte und zwar dass wir vielleicht ich kann aber leider kein extrem bauen irgendwie kann ich die leiter hier irgendwie abbauen nein kann ich nicht weil ich machen kann ist zwangsweise so das würde jetzt gehen das finden uns wieder die planken gut das ist jetzt aber ganz ehrlich gut es ist es ist scheiße tatsächlich aus das plant mal wieder fehlen aber der väter was also ja ich bin schlau ok säge setzen und in die richtung bitte ein bisschen angeln hier da oben links ist wieder was wenn die welt mal weg gehen da ist noch was das heißt wir sehen in diese richtung das ist echt immer so ein glücks ding hier mit den dingern so es ist wirklich ein dauerndes sammeln aber das war glück so da oben rechts wie man so schön sind kann da wir da oben rechts ist noch ein floß dagegen also gehen relativ segeln wir jetzt hin hallo so währenddessen ich bauen hier eine zweite platte form bis der hier alles gekillt hat das loch ist natürlich für den anker klar bis alfonso bei uns alles gekillt hat oder alles zerstört hat braucht er eine weile die wachsen ja wie unkraut hier mittlerweile hallo so nur eine planke naja ich muss mehr auf die umwelt umgeben achten noch einen heilkopf können wir den stacken ja den heilkopf können wir stacken alles klar ach so ist plastik aber egal auch plastik kann man gebrochen so wir brauchen nämlich den forschungstisch weil wir können nämlich so ein kleines auffangnetz bauen das heißt alles was da rein treibt also wir haben dann so ein netz unten am floß hängen alles was da so rein treibt das können wir dann einsammeln und wir haben durst so okay das heißt ähm ähm hallo das feuer können wir eh nicht gebrochen ach komm wir jetzt was das lief jetzt nicht so wie geplant aber egal ah ne vogelscheuche leider können wir nichts abbauen hier tatsächlich vom floß so haben wir ein neues ziel da oben hinten habe ich noch was gesehen von wo kommt denn der wind der wind kommt von da das heißt wir sehen auch in die richtung wir haben eh kein ziel deswegen ist es irrelevant in welche richtung wir uns bewegen wir haben nur sieben holzplanken nur wieder fahr alfonso sei lieb okay verdammt ich habe das gefühl ist irgendwie windstille weil die bewegung ist irgendwie nicht ich habe noch nichts eingepflanzt wir sind so ein paar kartoffeln ein ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt außer dass ich ein bisschen Durst habe ich kann natürlich eine Aufnahmepause machen oh was 12 Uhr oh ja ich glaube ich äh nein ach kuh warte mal da hat mich aber ändern hier I'm sorry äh gegenstand wegwerfen minus Entschuldigung das mache ich normalerweise nicht während der Aufnahme oder so aber diesmal Plastik das Ding habe ich doch gerochen Plastik du blödes Mistvieh ach man leider musste ich das jetzt reparieren weil geht der Grundboden am Arsch haben wir echt ein Problem okay okay sehr gut haben wir was zu futtern und ich ignoriere wieder die Hälfte der Sachen die ja wobei schwimmen wir brauchen echt dieses Ding nix da mein Freund nix da ja und da sind drei Planken drin ist sehr gut okay sehr gut das heißt wir können das Plastik da ignorieren äh da das heißt wir können das Ding dann jetzt ich würde sagen achso eins hätte gereicht okay ist klar das bauen wir da hin so Planken und da ist gerade ein Fass an uns vorbeigeschwommen aber ist egal okay okay ähm was ich wollte Antenne und Empfänger das heißt äh öffnen platzieren erforschen okay erforscht das heißt okay alles klar das heißt die anderen können wir das wegwerfen alles klar bye 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 joa noch ein bisschen mehr den Ozean verschmutzen ich meine das schadet doch nicht okay okay bye bye und äh bye bye und äh bye bye und äh bye bye noch wo was oh Gott alter wie viele Pläne habe ich denn bye bye und bye bye und bye bye du Mistvieh verpiss dich und bye bye und äh bye bye und äh bye bye Alter jetzt kommt mir noch so ein Plan unter die Augen ey ich schwöre aber dann flippe ich aus okay ne muss ich die Dinger auch noch erforschen hier oder was okay keine ahnung ich lasse jetzt erstmal hier drinnen glas krass nein ich wollte doch keine mann ich musste hier denn alles okay ich kann ich noch nicht ernten so ach warte mal jetzt können wir genau hä wie kann ich denn jetzt die Sachen bauen ich habe doch jetzt die Antenne und so gelernt und den Empfänger da oh da ist eine Insel hallo hä warte mal wie 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 kann ich denn das jetzt bauen hä Empfänger und Antenne Habe ich jetzt die ganzen Sachen weggeworfen ohne es alter du scheiß drecksvieh ich scheiß dir in den Hals habe ich da jetzt tatsächlich ähm äh die Insel ist da hinten hab habe ich jetzt tatsächlich die Sachen weggeworfen obwohl ich die eigentlich noch nicht gebraucht habe aber ich habe da erforscht oder nicht oh 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 hi ach man ach man da baue ich halt ein Reis Ding hin ist mir auch egal äh ok ach so ich habe kein Holz mehr dafür ok das ist jetzt äh eher ungünstig würde ich sagen ja gut Antennen und sowas kann ich den scheiß brauche ich sowieso nicht kann ich hätte ich eh nicht gemacht von daher Alter wie viel alter finde ähm ich mal ein paar Seile hier ähm ok jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen äh äh ja überfordert trifft es nicht aber baff ja ich glaube baff baff trifft es ganz gut ok wir haben nur einen Nagel komm wir kommen der Insel la ach da war der Gegenwind wir müssen noch eine Insel finden die mit dem Wind ist so so ich weiß echt nicht eigentlich müsste ich aufhören tatsächlich ich müsste eigentlich aufhören aber es macht gerade so viel Laune und ich hoffe dass die Aufnahme funktioniert weil ich habe schon ewig nichts mehr aufgenommen na ich kann ja gerade mal ganz dezent gucken ganz vorsichtig oh cool die Datei soll jetzt aktuell äh etwas mehr als 24 Gigabyte groß sein das ist gut oh da kommt eine Insel da ist eine Insel das heißt die ist in Fahrtwind das ist sehr gut das heißt wir können jetzt den Fisch hier auch mal aufs Grill legen wir saufen uns nochmal Fett ein machen das nochmal und wir ja 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 ja